Ich bin ein bisschen irritiert, dass sie mir die Anzeige anzeigt, dass sie mir die Anzeige anzeigt. Ja, gut. Okay, das sind doch keine Kreuze, das sind... ...Dinge. Wahrscheinlich für eine große Kletterpartie, allerdings würde das jetzt nicht so möglich noch schon zum Konzept passen. Aber sei es drum, ich gehe jetzt nochmal hier in diese Hütte. Von der aus ich runtergerannt bin und gehe jetzt mal hier links in die Hütte. Vielleicht sah ja noch etwas Interessantes drin. Shadow springt mit leer. Äh, Shadvan springt mit leer. Und kann sogar oben... ...dich dann drauf hieven. ...dich finde ich das Seil. Seil... ...Sperr... ...Spitzen... ...Wirkel... ...Wirkel. ...Du hast nun in den Darken. Wenn ich ihn einsetzen möchte, das Ziel aufhölzene Objekte und drücke die rechte Maustürstelle. ...Wirkel. Wie ist das, ne? Oh! ...Wirkel. ...Wirkel. Äh... Das ist ein Dorf, oben auf der Klippe. Echte Maus, das ist der. Zweit entfernt für den Darken, okay? Der Darken greift hier nicht. Und hier bin ich zu sehr auf dem Boden. Okay, ich verstehe es noch nicht, wie ich jetzt hier klettern soll. Oder wie das mit dem Darken überhaupt funktioniert. Okay, ich muss ja wahrscheinlich hier zurück. Dann muss ich da rüber schwingen. Okay. Naja, wenigstens kann ich schwimmen. Achso, ich kann doch bin eher zurück. Wie läuft es los? Achso. 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 Das war's für heute. Äh, wie soll ich denn darauf kommen? Mh, das ist doch... Was sagst du da oben eigentlich die ganze Zeit? Ich hätte mit Hilfe gedacht, dass Andres auch noch die Klippe, aber der greift auch hier nicht. Okay. Irgendwas kapiere ich an dem Spiel noch nicht. Mal geht das, mal geht das nicht. Der Haken greift hier nicht, greift er doch. Hat doch schon zweimal gegriffen, wieso soll er jetzt von dritten mal nicht greifen? Meine Güte. Kannst an Vorsprung hochklettern, hab ich mir gedacht. Das sei nur zu einem mit der Rammaus, da ist schön, dass ihr mir das erstes sagt. Jetzt brach ich mich die ganze Zeit schon, wie wir das machen. Okay, wenn du in die Luft springst, kannst du in den Taten raus, ja. Okay. Wenn du vom Seil des Eintrags abschmierst, hörst du drücken die Bewegungstaste unten. Ja. Los. Ach da. Okay, eine seltsame Spielmechanik, weil ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nicht ständig auf Vorwärts drücke und dann so gucken kann. Gut, sei es drum. Wenn du den Luftschränkst an der E-K-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ah, guck mal, hier bin ich doch gerade für längs gestrichen. Aber irgendwie sind jetzt die Wachen nicht da. Okay, guck mal. Okay, guck mal. Okay, guck mal. Okay, guck mal. Eigentlich ist es ja schon cool, dass man so hängt, aber dann muss man sich nichts angewöhnen. Wahrscheinlich muss ich jetzt da hin, ne? Ja. Chat von entdeckt, dass vor dem Geheimgang... Geheimgang ein Wachmann steht, der ein kleines Mädchen dran solltet. Bei dem... Hilft die Mädchen, kümmert sich um die Wache. Auf welche Art auch immer. Linke Mausfüste. Was heute war das? Ist da jemand? Deine kleine Liebesfreundin? Noch mehr Wütter, die Ehrenwärter... Wachen weglauen wollen? Ah! Liga hat gesehen, wie du deine Wache brutal ermordet hast. Dies führt sich auf die Geschichte des Spiels auf. Wenn du einen anderen Weg entschlagen möchtest, kann ich das Ungeschehen machen, ja? Divine Mausfüste, aber... Wer war das? Ist jemand da? Ist das dein Freund? Oh, danke, Mama. Habt ihr in dem Kastel? Nein. Ich wohne überhaupt nicht, Mama. Meine Mutter sterbe diese Spring. Geheim, dann. Geheim, dann. Geheim und Geheim. Geheim! Geheim! Nein, danke. Ich würde gerne mit dir kommen, bitte. Du musst jetzt wirklich rausgehen. Wo sind wir gehen? Keine Sache, Brat. Geheim, dann bin ich glücklich, dass ich dich schaufe und dass du noch einen Tag leben möchtest. Bitte lass mich mit dir kommen. Ich bin kalt und ich habe nichts mehr zu gehen. Ich versuche, dass ich gut bin. Aber ich bin... nicht. Geheim! 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 Du kannst mich nicht zu verhindern. Geheim! Wenn ich dich zusammenbringe, würdest du genau das, was ich dir sagen würde? Ja, Frau. Mom. Mom heißt Madame, nämlich Mutter. Das Hähnchen hilft beim Öffnen von Toren mit mehreren Hebeln. Jetzt ist der Typ noch da. Und schon halt nichts. Ich gebe zu, ich habe nicht geschnallt. Wieso jetzt? Ja. Geh mit dem Mädchen in die Krypta. Dann will ich haben. Nee, da wahrscheinlich. Kommst du mit? Oh, sag Stichel. Wollen wir mal gucken. Jetzt kommt ja wahrscheinlich das mit dem König. Mein Name ist Lily. Sind wir nach deinem Haus? Nein. Wir gehen nicht nach Hause. Kennst du irgendwelche Geschichten? Ich liebe Geschichten. Nein. Okay. Sie liebt Geschichten. Sie kennt aber keine Geschichten. Und wir gehen weiter. Lily wird dir überall hin folgen. Sie schleicht vom Versteck zu Versteck und gibt Wachen aus dem Weg. Haben wir uns schon gesehen. Sie hängt da im Versteck fest. Kannst du ein Holzabjekt befestigen, um sie aufs Weg zu ziehen? Wie da zum Beispiel? Wie da zum Beispiel? Wie ist das sa Binllant? Wie soll ich es drin? Se die Wir gehen weg. Wie schreien sie das grace? Wie soll ich es drin? Wie soll ich es drin? Was ist das? Was ist das? Wie soll ich es drin? Was ist das? Was ist das? Oder? Was ist das? Gut, Tür ist offen, keine Wand. Zerstöre Objekte mit dem Messer, um meinen Weg frei zu machen oder zu abhängen. Was ist hier? Ah, was zum Plündern? Ein Topf. Zerstöre Objekte mit dem Messer, um Platz zu machen. Oder zum Spaß. Ist auch noch was drin? Doch nicht. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber ich hatte wenigstens gehofft, dass es eine Animation gibt, dass es die beiden Grenzen gibt. Okay, stopp. Okay, das ist irgendwie geil, dass sie mir so komisch folgt. Damit Lili vorbeischlagen kann, musst du die Wachen entweder ablegen oder... Entscheintest du dich da gerne? Das war ein Geräusch. Naja, ich habe besser als sie auch selber gespielt, von daher... Ich stecke die Leichen in den Wischen oder Häuser auf mir, oder? Naja, Böse, Geis, ähm... Naja, Böse, Geis, ähm... Naja, Böse, ähm... Naja, Böse, ähm... Okay... Okay, da ist eine Wache... Hier ist eine Wache... Und die da ist auch noch unabliert. Was soll das? Geh weg! Gut... Gut... Kein Papier! Kann der das Ding auch noch zur Seite schieben? Naja... Oh... Was zum Blundern! Was ist das? Lockertrappe? Oh Gott, dafür brauche ich dann so viele Teile... Okay... Bleib da! Ich habe etwas gehört... Ich habe etwas gehört... Auf Feuerhafen bewege dich lautlos... Außerdem ist das Teulein Fall... Okay... Okay... Ich kann auch hier oben hoch... Ist gut... Ich habe das mal vorher gewusst... So... Okay... Du versteckst dich da im Busch... Und wir gehen hier hinten... Oh... Oh... Jetzt noch etwas... Anleitung für eine Tretmine... Schön... Ich denke, wir wachen nachdem du die Objekte mit einer Seite bewegst... Lüse das ause mit... Ich höre ein Geräusch. Ja, wie hast du gehört? Warum komme ich hier nicht? Warum komme ich hier nicht? Warum? Mir ist egal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017